ja die neue leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge battlefield koop zusammen mit markus und die mein liebes mission hier ist die sneaky mission hier, wir müssen die sneaky mission machen oder wollen wir wollen sneaky mission machen aber wir schaffen es nicht weil wir uns kennen ja ich habe mg in die hand genommen ich wollte mg nehmen und hab dings in die hand genommen mg mit wärme wie ich hier ok rein hier du musst dich noch durch die tür lassen wer nimmt welchen ich nehme links ich nehme rechts ok 1 2 3 jawoll läuft immer sehr gut wir sind halt schon profis leute ne ich glaube hier pump gun oder ak ja diese kameras auf aber ich glaube hier ja ich nehme rechts links 1 2 3 videoüberwachung schalt sie aus ja ist auch immer geil was dass uns das keiner merkt ne wenn sie uns millisekunde sehen ist sofort alarm hier im ganzen haus aber wenn es so eine kamera vom dach runter fällt und übelst den lärm macht das merkt keiner oder dass alle kameras der reihe nach auswählen das merkt hier keiner weiß war noch eine woher da rechts kommt gleich noch mal eine er oben links ich hab sie durchs gitter gesehen und hier steht jetzt der mann den wir schießen sollten und nicht messern oder das ist doch der ja ok warte ist da noch ein anderer ne ne aber die kamera stimmt die kamera ok warte geh du mal ein stück vor dann schau ich mal hier ob da ne kamera ist ne kamera ne da ist keine kamera sonst könnte ich sie nicht abschießen sonst müsste ich sie abschießen können da ist nichts ok dann nicht dann schießen jetzt ok ok erschießt du ihn hier ist keine kamera aber hier kommen sie jetzt kameras oh man idiot da hast du den schatten nicht gesehen dass da einer stand so leute ich würde sagen dass der neustart na wir wollen das ganze jetzt helfen auf auf in die zweite runde ok ok er hat mich nein also das kannst du ja ja und damit geht ihr in die zweite runde ja ok jetzt weiß ich's dass das den schatten nicht sehen müssen ich hab sie nicht gesehen als dunkel ja der war ja im licht der schatten von dem typ ich hab den echt nie gesehen ich hab nur die kamera gesehen und dann so zühlt und dann bang aber dann hab ich erst den gesehen ich hab mich extra bereitgestellt um den typ abzuballern und auf einmal schießt er auf die kamera ja es waren zwei ne da hab ich hä ne da oben war nur ein typ ganz oben sind zwei leute und eine kamera da ist das signal wenn ich ihn rein und eine ballerei ok ich welchen nimmst du äh rechts wäre ok nein nicht links eins zwei drei vorsicht rechts oh man alter alter lass nicht schießen sonst hast du gleich keine muni mehr alter mann ich wollte nicht sterben ja du wolltest einfach nicht treffen scheinbar ich dachte schon du hast daneben geschossen jetzt lass mich ok du bist jetzt auf den lauf weiter du musst auf die stupe warte ich schau ums eck da ist nur ein tuch ok ich bist ja die kamera du die wache ok ok 1 2 3 und dass das die leute hier oben mit der red maus nicht mitkriegen das ist das was nicht wundert ja ok hier sind jetzt zwei wachen und eine kamera das heißt ich übernehme die wachen du die kamera lass mich geh nochmal weg ich muss mich erst richtig hinstellen ja ich muss hier drauf irgendwie so war das doch ja jetzt trennen sie sich meinst du der stirbt wenn ich ihm durch den hals schieße er muss einfach sterben ja 3 2 1 nein er ist nicht gestorben aber es ging nicht ich konnte nicht beide köpfe gleichzeitig anvisieren ach komm das war jetzt eh schon ganz oben wir sind schon so eigentlich durch das ziehen wir jetzt durch sorry ich hab dich abgeschossen ja ich kann nicht schießen während ich reanimiere so gut ich hab die shotgun jetzt mitgenommen Achtung da rechts hockt irgendwo noch einer da so gut den nehmen wir jetzt mit ich würde sagen ich bleibe mal bei der shotgun die shotgun ist schön ja ja Kodimo oh Mahmoud bleibt mir shotgun in your face man what ja wir sind doch schon da macht ihr halt mal schneller ja so ist mein Auto geh weg das war noch war toll nee ich wusste es ich wusste es nicht mehr aber hier ist doch die geile AK mit Nachtsicht oder irgendeine war doch hier mit Nachtsicht das ist ja eine Standort oder eine Standort ne die hier rpk mit Nachtsicht die ist so geil achtzig hier hier hinlegen und dann Panzerfaust what the fuck Panzerfaust Schütze links ich sehe keinen Panzerfaust Schützen ich sehe überhaupt keinen da oben auf dem Dach da oben auf dem Dach hocken noch mehr da oben ja die hocken alle auf dem Dächer oben die treffe ich so genau gar nicht und jetzt hocken sie alle unten jetzt wo ich kein Leben mehr habe ok ich sterbe gleich ich sterbe nicht ok ich habe es in die Deckung geschafft oh fuck direkt voraus irgendwie habe ich auch das Gefühl die halten viel mehr aus ne und die Zielhilfe ist weg das merkt man einfach die halten mehr aus machen mehr Schaden und es ist keine Zielhilfe an also das hier hat schon ein bisschen Schwierigkeit jetzt und vor allem und vor allem hocken da oben die Leute mit dem RPG hier ist sicher die Sniper SVD und hier drüben lag doch noch irgendwo die Saiga du bist jetzt nicht ernsthaft gefreckt oder? ich bin fast tot doch ich muss warten bis ich Leben habe dann renne ich zu dir jetzt habe ich Leben ich werde abgeschossen ich werde getroffen oh Alter da haben wir Lack also ich habe jetzt zwei Art Sniper dabei also eine wirklich eine Single Shot die SVD da war einer ok der ist aus der Deckung rausgekommen ah ne die SVD ist ja auch Multi Shot das heißt ich habe eine Halbautomatik und eine Vollautomatik ja komm dann durch die Vollautomatik mal weg und nehme dafür die hier mit mit einem richtigen Visier Shotgun das heißt ich habe jetzt für die Distanz die SVD und für den Nachkampf eine Shotgun dabei jetzt müssen wir da vorne wieder C4 legen oder? ah ne ah ne jetzt kommt ja erst dieser Hinterhalt also ich gehe mal hier zu dem Container hier ist man nämlich ziemlich sicher und ich kümmere mich auch hier ein bisschen um die Leute die oben hocken und ich habe ja eine Sniper da oben hocken sie wie schießt der denn seine Waffe aus dem Hüftgelenk und aus der Drehung und der trifft so zweimal mit der Saiga der hätte sich dann erledigt da hockt einer komm schon zeig dich nochmal komm schon du hast keine Wand ok der hat sich auch erledigt ja so munition hier wieder abgreifen und jetzt wieder die Witzel die kommen direkt von vorne und da oder da kommt einer an der Liebe der Gewinn tp gemacht hier oh fuck ich bin fast tot wenn ich bis hier schon merke ich gar nicht dass ich sterbe weil einfach so viel gründer ist und so dass ich gar nicht checkt dass ich gar am Frecken bin du bist tot ja sag sowas bitte ich bin dann auch fast gestorben weil ich nicht geblickt habe lebt der da noch? ja der lebt noch zack tot jetzt komm ich ja pass auf rpg ist hier irgendwo ja ja direkt neben dir alter fuck hocken da viele direkt neben dir die hocken alle rechts direkt hinter dieser weißen wand hocken sie ok shotgun action action ich weiß alter ich hab ein paar geholt von ihm mit der Stotti also im nachkampf bringt es einfach die Stotti echt die so OP oh fuck sind hier viele warum bin ich hierhin gelaufen warum bin ich hierhin gelaufen ok ich messer den ich messer den ich will messer kill in dem Game und messer kill sagen wir beide 50er verloren jetzt müssen wir es übernehmen ich will hinten hin hm dann steig ich halt hier ein ja ich bin ja schon dabei ich stress mal nicht die Animationen finde ich saugeil gemacht hm ja schieß mich mal bitte nicht ab fände ich sehr nett warum? sonst dre ich mich um und schieß dich ab vor allem kommt der Schaden bevor der Schuss kommt irgendwie oh oh darum will ich nicht vor hinterhalt links hinterhalt links hinterhalt links sorry mein 50er ist überhitzt haha jetzt bin ich hinten jetzt bist du vorne du bist das nächste Opfer hm da ist schon wieder einer vom Himmel gefallen ja das sind wie die fallen alle von der Brücke und sterben nicht die fallen einfach runter und bleiben am Leben ok am besten bleibt einer von uns im Geschütz und einer geht vor also ich gehe raus ok ok hier weil du kannst mir dann über die Straße Deckung geben weil ich glaube hier kann ich es gut gebrauchen meinst du 34 reichen ja gut hier ist eh eine Muni Kiste das heißt ich drop und drop und ich bin abgeschaut alter du machst übel damage du hast ein 55er du hast mich ja fast getötet Alter ich bin gleich tot immer noch nix die gegner dann hol die weg weil sogar zu der pg schossel so gut ich habe genug c4 geplant hat wow jetzt habe ich wieder mein mg hier wo hocken sie ich habe wärmesicht ja links und ich gehe mal ich oh fuck jetzt kommen sie natürlich genau von einer anderen Seite jetzt wo ich die Seite geleert habe war ja klar irgendwie ok jetzt habe ich reload jetzt habe ich reload und und wow gerade noch überlebt aber habe ich meine Schockgun nicht mehr ich will meine Schockgun wieder ich komme ich ich springe jetzt meinst du ich habe genug Abstand ja ich steig Bro ja dafür muss ich erstmal überleben hier weg zu kommen und nochmal Munition mitnehmen und meine zweite Waffe nehmen das mg wieder mitnehmen und los gehts was was alter dein panzer ist so gut wie im arsch der brennt schon ja zwei apg schüsse sind nicht so äh drei apg schüsse sind nicht so geil nein ist nicht so geil aber du regenerierst doch hoffentlich oder also ich habe noch volles Leben nicht mehr in deinem panzer ja will sein auf der Heft stehen ne das zieht vor nein ich will nicht sterben nein ich wird übel ja du brennst richtig übel oh oh hinterhalt sowas kann nur ein hinterhalt sein oh ist doch kein hinterhalt äh Terror voraus viele Terror voraus oh nein nicht die Position hier raus aus diesem scheiß Panzer oder du bist instakill ne das macht automatisch ja weil du wirst hier so schnell weg geholt an dieser scheiß Position Achtung links von dir links sorry oh ich bin schon tot ja das ist doch immer da in dieser scheiß Ecke nur jetzt sterben wir scheiße weil das ist das Ende der Mission oh fuck oh fuck gleich bin ich tot aber ich kann hier rein ich renne hier rein kein sorge ich renne hier rein warum visiert der Typ auf den Fernseher kann mir das mal jemand sagen warum tut der Typ auf den Fernseher visieren anstatt auf die Gegner das soll ist da vorne eindeutig weg und wir sollten uns nicht nebeneinander stellen sonst kommt ein RPG und wir sind beide weg da vorne sind einfach zu viele Tanks ne es sind einfach viel zu viele Leute die auf dich ah ich bin tot alter ja dann rob hier rüber ich bin auch halb tot ich kann dich da nicht holen du musst herkommen ja ja bleib da am besten liegen wenn du liegst hast du bessere Deckung bleib da liegen genau da und ich wieder ich hole dich einfach immer wieder hier kann mich keiner treffen von denen bedauern ja ich weiß ich hole dich ja schon wieder hier kann mich keiner von denen treffen ich stehe hier perfekt du kannst einfach immer schießen und wenn du stirbst hol ich dich wieder das ist arbeitsteilung aber da drüben kann ich dich nicht holen wenn du es weißt da oben hocken sie noch alter 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 ja sagst du was halt doch bitte ja in dem Moment wo ich tot war du wartest immer schon noch zehn Sekunden bis du sagst du tot bist ich bin tot und wenn du stirbst kann ich nicht mehr reagieren du bist echt gerade ehemal gestorben ich bin tot alles gut ich bin tot bist du ne ich meine bist du da wirklich erst gestorben weil manchmal sagst du ja wie du schon halb die Zeit abgelaufen bist auch ich bin tot ja genau was sag ich hier voll ja manchmal verzögerst du das echt ewig dann liegst du schon längst am Boden und meinst dann irgendwann ich bin tot yes richtig jetzt mach jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen also es gibt wieder eine geschnippelte Folge klar nicht ja auf jeden Fall die Mission geht schon ohne mehrfach Versuch 20 Minuten Gurry boah wir spielen schon wieder eine halbe Stunde und sind am Anfang ne Schlange sexy warum wollen wir das jetzt müssen wir das jetzt wieder sneaky machen das bringt uns gar nichts das haben wir durchrambeln ne ne wenn dann schon Profihaft gell ja ok ich links 3 2 1 jetzt mal schneller sneaky mission ne schnelle sneaky mission ich bin links 3 2 1 was du wie wird man jetzt am besten beide weg ja wenn die genau da stehen und dann das hat auch gar nicht funktioniert ok 3 2 1 so ich hab einen halben Millimeter höher gezählt das ist dann auch mal mein One-Hit in den Hals ist kein One-Hit oh fuck ich lege es dir rein ok 3 2 1 ja ist ok der hat einen Headshot überlebt so ein Spaß wie überlebt man bitte so einen Headshot aber jetzt kommen eh keine Gegner mehr wir sind fertig so so aber dieses scheiß Treffengeländer ey haha ich hab dein linkes Bein weg geservelt Alter schieß nicht den ab der ist halb tot du hast den grad mit zwei Schliessen fast komplett tot geschossen ey fast tot da oben hockt da noch eine ja da oben hocken noch zwei sogar Headshot Headshot die Toten Gott ich komm wo auch ein weh komm her ich brauch Hilfe hallo ich reanimier würdest du auch mal was tun mach doch nicht würdest du was mach schon und ich verblute ja du verblutest gar nicht was h war er ist der letzte Schuss hat ihn gekillt warum hast du einen Transport angefordert und warum bist du tot, du hast einen Transport angefangen warum zur Hölle bin ich tot du kannst dich bewegen, halt die Fresse, du lüxt an Dornen, Alter zürt die nicht immer alle, bevor ich sie abschießen kann der ist ja schon tot der ist getroffen der am Balkon ist auch weg oh fuck, ich hab geschossen wo war das knapp, man ich hab gerade das heilen angefangen hätte ich mich jetzt nicht gehalten, wenn wir gestorben mit dem RPG du bist neu beschissen ja, das bin ich ich schieße SVD ich schicke nicht zäh wenn ich schicke Bayern oh, war das knapp oh fuck, von links, von links, von der anderen Seite oh, da hinten hocken sie okay, wir müssen Auto fahren ich hab's bemannt der schläft wieder wer geht? du auch ich muss wieder gehen der Digga muss gehen na, ich bin nur, weil ich der schnellste hier bin ich bin halt schwarze Sprinten schnell so, sieh, sieh, hör auf, man ja, was kommt, balle ich nicht voll ab die sind links, oder? hol' ihn doch weg sonst bleibe ich dich voll ab die sind links, oder? au ok oh fuck alter oh, ich bin grad irgendwie so zwischen dem Auto und dem Ding gebackt und kam nicht mehr aus dem Nicht-Einsatzgebiet raus so so alter das hätte mein Ende sein können die Straße ist die Straße ich probier's die Straße ist nicht sauber ich glaub, du musst aussteigen da steht nämlich einer direkt an dem Eck da tot ich sag dir, wenn du anfangen musst, bis dahin bitte schieß, weil hier sind noch zu viele jetzt geht's ja jetzt kommt er von der anderen Seite, egal, egal, ist Paxe ja, ich lauf' ich bin in dem Auto ich muss erstmal regenerieren, weil ich bin so gut wie tot ok, ne Nate, ich werf' ne Nate jetzt kommen sie von beiden Seiten zum Glück habe ich so ne Schnellfeuerwaffe mit eingepackt ja, da ist er, der Wichser so hat einer, da hockt einer, da, danet dort ACC tot 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 auto ich bin saved panzerklaas und jetzt gehe ich nach oben ich idiot warum tue ich sowas gar nicht in einem sicheren auto mit panzerklaas so weggeholt oh fuck kommentar jetzt viele doch ich würde rausgehen wenn du da oben bist glaube ich bist du auch ein ziemlich leichtes ziel ich komme nicht mal vom fahrzeug weg ohne zu sterben markus ich bin hinter dir tot du stehst da umsetzt ist er recht die übrigen 15 er bestellt mir hinter den posten und mich von da war ich konzipiert okay es geht der lehle Musik ich stelle mich hier hinten hin ich bin ich hier hinten hin die Position hier kenne ich diesmal habe ich die Sniper dabei kommen hier hermann ich habe die Sniper dabei du musst mich immer wiederholen und ich Sniper für die leute im haus weiste aber ich kann nicht Sniper solange du nicht hier bist weil ich sterbe beim snipen weil ich stehen bleiben muss nie muss ich nannte savoir die treffen aber auch schon so unverschämt genau ist sich aber hier drin geht eigentlich wenn du hier am boden liegst da außen war schlimmer stellt er den fuß genau in dem moment hin wo ich anfangen zu schießen der letzte mann da oben hab ihn das war ein astreiner headshot das kann er nicht überlegt haben hat er auch nicht wo sind die neuen gegner als kommen sie auf der straße jetzt glaube ich stehst du da richtig ungünstig APG jetzt kommt die APG Spasteln und Telefonfluch es gibt's nicht mit APG hier reinheizen ja die sind da oben ne weißt du ok die treff ich die treff ich kann ich headshot wenn meine sniper nicht so ungenau wär ersten geholt schnellfeuer snipers sind einfach so ungenau so gut jetzt wenn sie sich noch zeigen würden hätte ich sie sie ist schon tot glaube ich na da rechts hat noch einer der ist bei mir nicht infrarot angezeigt der steht einfach da und hä der ist ja wirklich schon tot aber er steht noch da rum alter was war das gar für ein bug der typ war tot aber war da go 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 so Leute damit hätten wir hier die dritte Mission war das jetzt auf schwierig beendet oh abschluss seit 15 Minuten oh ja ja kills wieder bei marcus hilfe bei kills wieder bei mir rettik ist diesmal bei marcus ausnahmsweise reanimationen aber wieder bei mir ausgleichendes spiel und das nächste mal denke ich spielen wir hit and run weil auf die sniper mission habe ich noch kein bock die kommt dann ist übernächste mal und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao